hallo freunde ich hoffe euch geht es gut und habt auch einen angenehmen tag genauso wie ich ich packe gerade ein bisschen skybus gegenwichtige und lakets youtube keine ahnung wie der heißt und ich mache das jetzt schon seit einer stunde genauso und ja ob ich dafür gebannt oder nicht i don't know wenn wir sehen und ja nächsten tag 20 minuten später ach so ist jetzt noch immer da okay natürlich wurde ich nicht gebannt das ist ein kleiner spaß und so weiter wie gesagt aber der bug ist nicht in skybus rein ist nämlich sehr sehr böse von euch ja ich habe das so gemacht indem ich einfach das geld aufgenommen habe und dann einfach meinen skin reingegeben habe es green screen blablabla und ich hoffe dieses kleiner spaß euch gefallen ich kann euch ein bisschen unterhalten würde sagen war das mit dem video hat rein bis zum nächsten mal und dann würde es einschalten tschau tschau und glaubt nicht alles was im internet ist das kann alles leicht fliegen und ich habe nichts gegenwichtige und laketsüt scheiß ich wurde gebannt alles ganz nett bist dubirg einschalten noch ein breb einsch sana